Hey, ich möchte euch heute ein DJ-Pult vorstellen, beziehungsweise ein Bühnenpodest, was ein DJ-Pult ist. Da hat Globetracht sich was Tolles ausgedacht und hier gibt es tolles, optionales Zubehör, wie zum Beispiel diese Laptop-Halterung. Ich habe natürlich auf dem Bühnenpodest Kabel-Durchführung und hier auf der Vorderseite auch die Möglichkeit, ganz entspannt das Moltern mit Klett anzumachen. Das kann ich hier ganz einfach reinklicken. Hält super. Dann gibt es die Möglichkeit, hier noch Lautsprecher, Distanzstangen anzubringen und auch Mikrofone zu integrieren. Also falls ihr da eine Anwendungsmöglichkeit habt, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Wir haben dazu auf YouTube ein Video gemacht, also gerne mal vorbeischauen.